moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal danke dass du daraus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der five m reihe und zwar habe ich neues scoreboard für euch und ja ich würde sagen wir schauen uns das gute stück dann einfach mal an bei euch ist das die taste f9 bei mir weil ich schon bearbeitet habe f7 und so sieht das ganze dann auch aus wir haben dann einmal unseren server name oben drüber und ja zu den spieler oder die spieler kann man dann sehen und hinten steht noch bei der job und jetzt wechseln dann wechselt das ganze dann hier auch wieder gut mehr gibt es da auch nicht zu sagen ich würde sagen wir kommen direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung einfach runterladen und einmal auspacken wenn man das gute stück dann ausgepackt haben dann haben wir diesen ort bei hier und hier kopieren wo uns schon mal den namen raus und gehen dann in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner rein und gehen dann zurück und gehen in die server cfg oder in die extra cfg ich habe hier meine extra cfg und hier müssen wir das ganze jetzt nur noch starten und speichern und schließen und jetzt müssen wir nur noch den server neu starten und wir haben das script schon erfolgreich installiert kommen wir noch mal zu den einstellungen hier haben wir die konflik punkt nur hier könnt ihr den hot key einfach ändern ja ich das gemacht habe von f9 auf f7 ja und die farbe können wir hier ändern vom design her ist alles mit rgb rot müsste halt googeln und dann werdet ihr da auch was finden und das sieht dann halt so aus und da gibt es tausend verschiedene möglichkeiten an farben und dann könnt ihr euch das halt an eure server aber anpassen oder so je nachdem genau dann gehen wir noch mal in die html denn hier können wir noch einiges übersetzen beziehungsweise wir einfach nur einmal hier rein und hier kommt dann euer server name rein ja und mehr müsst ihr nicht machen und somit sind wir auch schon am ende des videos ja wenn euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen herum da kommentieren abonniere nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und tschüss